Moin zusammen und heute geht es mit Sniper-Litier 4 und wir rufen jetzt mal den Konvoi. Die schwarze Brigade schafft Kunstwerke aus dem Kloster. Einer der LKW aus dem nächsten Konvoi enthält die gestohlenen Kunstwerke. Ich muss ihn identifizieren, damit die näherlich Leute ihn abfangen können. Okay, das heißt, versuchen wir es mal. Jetzt muss ich nur noch auf den Konvoi warten. Ich brauche einen guten Beobachtungspasten. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich gehe oben wieder aufs Dach. So, guck, man fährt hier lang, hier rum und da raus. Hier kommt der Konvoi. Da ist eine Wache. W-H-34-9-2-1-0-K. Bingo. Die Mafia wartet auf mein Signal. Ich muss zur Klosterglocke. W-H-34-9-2-1-0-K. Ich bin hier. 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 Das z.B. Was ist das? Was ist das? Okay Leute, tiefste Gangart. Und rechts ist einer. Boah, was habe ich mir hier eingebaut, Junge? Was ist das? Was? Ernsthaft? Oh scheiße. Bleibt aus der Schusskriege! Ich habe noch nie gehört. 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 Aber was haben Sie gedacht? Aber noch. Tieferuhr falsch eingestellt, ich war noch auf 200 Meter. So, jetzt sind sie alle von da hinten abgelenkt, hoffen wir es mal. Krass, das wird ein Hühnerhaufen. Wow, das ist voll lecker. Aufgepasst! Alle Mann, runter! Oh, shit! Ach so, das ist meine Silhouette, die sie nicht zuletzt gesehen haben. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Was kann ich denn los, sag mal? Oh, shit! 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 Was ist das? Guck mal, hier geht's auch noch hinter, alles klar. Mann, bin ich ein Blindfisch. 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 hier vorne und bände ich ist egal ich schlafe es alle das knallt gleich hier 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 Geist, anlocken, markiert und weg ist er. Sehr angeflogen. Klar ins Gebüsch. Panzer zerstört. Sehr gut. Zettel und Nachrichten. Tatsache, guck mal hier. Ich durch da. Da sind zwei da rein im Bunker. Laut Tagebuch des Offiziers steckt hinter dem Abt mehr als gedacht. So, für den Fall hier rennt noch mal irgendwie einer lang. Guck mal, TNT wieder gefunden. Sehr gut. Oh ne, jetzt muss ich komplett hinten rumlaufen, ne? Volltreffer. So, hier nach oben. So, hier nach oben. So. So. Ja. So. 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 ... Ma questo? Sul serio? Questo è il mio preferito! Se solo quel buffone di Dinelli sapesse che lo sto portando via! Hahaha! so lassen wir hier auch noch auf sagen wir gucken auf jeden fall mal was es da so schönes gibt ach genau sie war ich doch genau da habe ich doch bei denen hier auch irgendwo sprengfalle gelesen nehmen wir wieder mit könnte nützlich sein da ist ein generator auch wieder einer moonkiste kein unterschall munition mehr er macht einen abflug wenn ich da drauf schießt und da von der seite anschleichen wir eigentlich geiler gewesen das geht schief wenn ich versuche hier über die mauer und hier rechts hoch irgendwie das geht schief und da sind auch schon die nächsten ich müsste echt hierüber okay mehr finde ich nicht wie praktisch da drauf schießen habe ich ein problem rein ins gebüsch da ist noch einer warum was die 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 Das war's. Das war's. So, Pflaster auf die Schulter und vorwärts. Das haben die sofort wieder mitgekriegen. Oh, guck mal hier an. Oh, guck mal hier. Achso, hier. Unterscheid-Gewehr-Munition, ja, sehr schön. So, das war's. Das war so ein A-Boden. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, mach hier noch einen kleinen Break und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann ist nur noch den Abüberprüfen, Kapo-Tüten und dann sind wir fertig hier. Viel Spaß bei denen. Bis gleich. Und schon. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.